servus leute herzlich willkommen zu einem neuen video ja den letzten video haben wir den laden ja komplett bisschen so umgebaut sagen heute würde ich sagen machen wir weiter verkaufen sagen ich glaube mitarbeiter brauchen wir erstmal nicht so dann würde ich sagen artikel brauchen wir auch nicht wir starten einfach mit dem tag würde ich sagen wir machen jetzt um 8 uhr auch immer soweit könnte man sagen fast eigentlich wird also wenn man euch so weit wenn sich das anschaut also laden ist schon gut geworden ja wenn euch hell ist guckt euch an wie geil das aussieht einfach jawohl da fängt schon alles an hey wonderful help hi spare two seconds thank you kommt in in im 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 in in im in im Entschuldigung. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Ja, es läuft. Es läuft. Es läuft. Bald brauchen wir noch einen Laden, ja? Hey, ein bisschen Hilfe. Excuse me. Hey. Thanks. Oh, geil. Hey. Hey. Schaut euch das doch mal an. Oha, wie viel werden das hier verkauft? Thanks. Hey. Hey. Can you help me? Hey. 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 Oh, hier ist Schlange geworden. Ja, aber sie ist doch leer, kommt doch hier hin. Ja, ne, wir machen jetzt einen zum Schluss. Hey, hast du eine Sekunde? Guck wieder bei 100k gleich. Oh mein Gott, egal. Das ist es, das ist es, das ist unser Laden. Ich rufe mal da. Alles wieder leer verkauft. Guckt euch das an. Alles wieder verkauft. Alles wieder verkauft, einfach. Danke. Entschuldigung. 104k gemacht? Ja. Boah, Junge, das ist so krass, ne? Ich will, warte, was ich will, das war ich speichern für Sicherheit. 53k. Ich sag einfach gar nichts dazu. Ein Mail, Digga, jetzt wollen die alles. Bestimmt, ich kündige. Es reicht mir, ich bin weg. Ja, geh doch weg, hä? Geh weg, so dumm. Wer soll sich verpissen? Wir werden hier reich, Junge, Tag zu Tag. Marketing, das ist gut, Digga, komm rein. Ich geb dir so mehr Geld jetzt, warum 100k? Komm. Marketing macht, ja. Ey, Uhrzeit ist auch perfekt, ne? Meiner Meinung nach. Wir machen ganz gut. Uhrzeit ist perfekt. Perfekte Uhrzeit. Alles wunderbar. Pause machen wir bei dem 6. Uhr, würde ich sagen. So, 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 so. Ja, das ist perfekt. So, würde ich sagen, direkt nächsten Tag. Rein da. Machen so viel Geld, ich schwöre. Jetzt sind Mitarbeiter, alle Mitarbeiter sind wieder da. Ja, kündige da, kündige da, kündige da. Sie denkt auch, wie das flucht uns. Wir haben 10 Stück jetzt bestellt, aufbauen. Ah, diese eine Dinger haben wir nicht bestellt. Stimmt. Ja, aber ich bin euch ehrlich, laden läuft. Alles wird leer, wenn kaufte man. Die Pizza ist schon wieder leer, denke ich, ich bin zu fressen, die ich schwöre. Ja, das macht mir gleich wieder das Jungenwirk. Erstens, perfekte Uhrzeit haben wir. Ja, perfekte Uhrzeit haben wir. Ja, perfekte Uhrzeit. Bezieht. Oh, ich bin ein paar Zeit. Birļchen,anzugeh. Ante solicitiert oder zweit? Oh, ich bin ich。 Oh, ich bin ein paar Jahre alt. Hi, Spare 2 Sekunden. Hey. Hi, Thank you. Thanks. Hey, Got a second? Hey, Have a minute? Thanks. Hey, Hey, Thanks. Ben im ausüß nicht mehr kalt. Hey, Can you help me? Hey, Thanks. Hi. Hey, Hey, Thank you. Hey, Can you help me? Hey. Hey, Got a second? Hey. 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 Can you help me? It's up. Excuse me. Hey. 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 Got a second? Hey. Excuse me. Thanks. 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 Thank you. Thanks. Thanks. Hey. You can still beking this one. Hey. Hey. Can you help me? Thanks. And don't open the door. Hang on the door. Hang in a thousand tvål. Hang on the door. Hang on the door. es ist einfach es ist einfach krass der halbe laden wurde ja leer gekauft das sind guck mal alles können wir auspacken da müssen die alle hin ja jungs ich würde sagen heute war auch perfekter tag ich würde sagen das war es mit dem video wenn ich kann das leichter abonnieren nicht vergessen ja dann würde ich sagen sechs mails schauen wir uns erstmal an hollywood aber sehr viel kündigen ich kündige da ist sehr viele kündigen egal wir müssen ein weniger geld bezahlen das ist auch gut für uns guckt sehr viele haben jetzt gekundigt ich stelle noch ein paar ein hier ja marketing ist nicht so gut ja ok das geht bitte ja klar mein marketing stellen wir sie ein das ist ja marketing ist ja was anderes ja machen wir einfach das hier pausen maxi um 14 oder ist sagen für so wenig geld stellen wir direkt ein also jetzt merke ich die kasse ist auch gut die kasse kann man auch gebrauchen nur wenn ich es kriegen will ja ok die wollen wenig digga 84 digga direkt einstellen wir machen die auch bei verkäufer würde ich sagen ja wir stellen den moment verkauft bei verkäufer hier der macht pausen um 17 würde ich sagen aber leute ich würde sagen das war es mit dem video wenn ich gemacht lasst like da abonnieren nicht vergessen es werden natürlich mehr videos davon kommen wir wollen den laden richtig groß machen ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.